Liebe Boxsportfreunde, bleiben wir im Schwergewicht. Auch der nächste Kampf ist angesetzt auf acht Runden. Es kommt zu uns in die blaue Ecke ein Gast aus Montenegro, Zoran Fugicic. Zoran Fugicic. Und zu uns in die rote Ecke kommt jetzt der Goldmedaillengewinner von Atlanta. Er ist damit der erste weiße Olympiasieger im Schwergewicht seit 36 Jahren. Und er will Ihnen und uns allen heute Abend beweisen, dass seine Einmarschmusik Simpli Sebest immer noch gilt. Hier kommt er aus Hamburg, aus dem Boxstall Universum Box Promotion, Wladimir Klitschko. Und hier ist der Wladimir Klitschko. Und hier ist der Wladimir Klitschko.